sie aber auch immer ein paar Prozent ich mache schnell das Gedudel weg vielleicht nicht allzu laut ich weiß auch nicht wie laut es aufnimmt jetzt gehen wir noch ein bisschen Holz holen die Frage ist haben wir Holz haben wir noch Holz am Schüssel wir haben ein Hausmeer am Schüssel ich bin auch richtig durch ich hätte auch Holzstiefchen nehmen können dann werden die auch keinen Zaun drauf so Eisen haben wir eigentlich relativ noch ein bisschen aber Glas könnten wir ein bisschen machen Birkenholzbretter ja wir müssen aber was ich noch fragen wollte ich habe nicht geschaut aber ich denke mir kann es sein dass das hier diese Schweine Äpfel brauchen zu messen weil Äpfel Schweine könnte irgendwie zusammen passen ja wie paart man euch dann das hier ist ein Stumpatsch so ok ich habe es mir nur gedacht stimmen tut es natürlich auch nicht ach wir haben hier Kürbis können wir jetzt mal Kürbis 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 können wir machen ok gut Eier ja ja brauchen wir auch noch ein paar kackerte Hühner so was habe ich jetzt eigentlich vor warum ist hier eigentlich ich habe es verpeilt wir bauen Holz da baue ich noch zu also unser Wald ist schön gediegen gedeiht das soll auch noch viel dichter werden weil ich nämlich hier einen großen Walddingen entlang machen will aber wir bauen jetzt das mal auf so ah die wachsen ist auch andersrum ist ja crazy dick chick so hoffentlich scharf es dann noch in den Dschungel zu gehen ich sage euch hier wir gehen auf jeden Fall noch aber zeitlich nicht hinhaut dann hat nächstes mal direkt zum Aufnahmestart wenn ich nicht vergeig so das reicht dann gleich erstmal den nehmen wir noch mit so Äpfel lassen wir das mal liegen was denn das finde scheiß egal so unser Teich der wird dann noch da muss ich noch Örd rein machen endlich mal aus dem bisschen Pussy Modus raus äh ich ernte mal schnell ab ne äh ich ernte mal schnell ab ne ok mit was anderem ok mit was anderem ah hier wollte ich auch noch Ding rein machen das Zeug nicht mehr rein fliegt so dann brauchen wir noch Leder sonst können wir ja nur ein bisschen besser aus aber auch nur ein bisschen hm ö ja eine Tür eine Tür eine Tür eine Tür das wäre was sei kein ungebieten und gäste dann wo ein gehen hin holzt ach komm du mal weg hier äh doch und direkt mal schnell eine Tür ach komm die zwei sagen braucht man nicht wieso habe ich immer noch die Eimer dabei so ALTA ALTA zum Glück sind wir halt im Pussy Modus also mit aufs Maul legen bin ich jetzt natürlich sehr berüchtigt dafür also das ist dafür stehe ich mit meinem Namen so kann man das jetzt tun oder lassen ich weiß es nicht ich weiß es nicht so so nächste hier 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 so so muss man Erdhaufen nur einen Moment ich muss glaube ich muss ich muss niesen ich muss niesen boah das war brutal boah das war jetzt Rettung boah so so vor so 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 Halleluja ich habe eine bessere Idee keine Schaube mehr wenn jetzt schon wieder ab es wird schon wieder abend, aber das stimmt doch irgendwas nicht nein, wir machen das jetzt so ich könnte mir ein Bett hier oben hin machen aber allerdings sollte ich doch erst einmal so, jetzt wird das Abend oh, schön was er voll will, F12, F11 ach, ich bin doch so dumm, einen Moment, ich bin gleich wieder da Hallöchen, zurück bei Minecraft, dann zum dritten Mal ich bin so dumm, meine Spielereien immer und dann lauft wieder irgendwie alles schief nur weil ich unbedingt Vollmodus bin, ich dumm einfach, ich reg mich gerade selber auf, hier diese Aufnahme ist wieder total vermurkst das ist vermurkste Aufnahme, man, echt egal, mach mal weiter wir stören uns nicht weiter dabei könnt eigentlich mal das Texturpark ändern, gucken wie es aussieht aber der Himmel sieht ja jetzt im Mordergeil aus hat was sieht echt schön aus, muss ich zugeben ach, die liebe Honeyball das ist echt gut hinbekommen na toll ach, ja, Erde ist auch gut so ist dieses hässliche Ding auch schon und hat wenigstens mal ein Dach ja, Panflöte boah, der Himmel fasziniert mich nein kann ja gar nicht möglich sein ja, echt jetzt aber es reicht ja überhaupt gar nicht das hätte ich jetzt nicht gedacht was oh, Mann, oh Platsch ja, ich habe es abkürzungen genommen, weil ich unbedingt schlafen will, Holz holen will ich glaube, das Tropenholz, das kriegen wir heute nicht mehr hin hier muss man auch noch irgendwie was machen kein так nur ah klar, das muss man vielleicht auch noch reinmachen Glas ein bisschen reinmachen hier vielleicht irgendwie so so ja, müssen wir halt alles wieder sehen ist aber kein Ding boah, ey die Musik regt mich auf so wie ist der aggressiv das Herbstding gefällt mir so, so ach ne, jetzt haben wir gerade noch am Schluss so einen großen erwischt ja scheiße alter größer geht's ja wohl echt nicht wenn nicht, dass ich mich beschwere, aber ich wollte nur kurz Holz holen und nicht hier einen ganzen großen Baum abmurksen alter wollte mich verarschen lecku mio featuring the Riesenbomb, oder wie jetzt gehe ich noch bald meine Axt noch flöten das ist ja wunderbar wenn wir das mal so kaputt hoppala so, was haben wir hier noch? so, also wenn's das jetzt mal nicht war ich glaub's fast nämlich nicht da ist noch was seht ihr da hat die Kate nämlich nichts jetzt die Kate glaubt was so zack, zack, zack weg hier ach hier ist noch was ok, das zum Thema kurz Holz abholen, aber was soll's und da, und da, und, 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 und so, das ist nochmal auch noch weg so was ist dat? Moment, der die nicht mehr hallo? so